Hallo, wir sind Maggie und Winfried Keller. Wir wohnen in Lickringen auf dem Booteandrück, produzieren auf zwei Hektar Fläche Gemüse und ein Hektar Kartoffeln und ein bisschen Stillung und Grünfläche und sonstiges. Wir vermarkteten unser Gemüse auf dem Buchermarkt in Konstanz, in der Zwischenzeit dritte Generation, seit über 100 Jahren fast, fast vierte Generation. Und was soll ich sonst sagen? Und ein Hofladen in Lickringen, aber nur drei Mittage geöffnet, es reicht. Wir haben ein Spektrum von Artischocken bis Zucchini, eigentlich von A bis Z nicht alles. Wir machen sehr viele besondere Sachen, farbige Dinge, farbige Wurzeln, farbige Paprika. Unser Steckenpferd ist bzw. ihr Steckenpferd sind so über 60 Sorten Tomaten, die wir verkaufen. Was gibt es sonst um zu erklären? Nichts. Öffnungszeiten vom Hofladen, das haben wir Montag, Donnerstag, Freitagnachmittag von 15 Uhr bis 18.30 Uhr. Da haben wir immer alles frisch da und Wochenmarkt ist Dienstag, Freitag, Samstag in Konstanz. Von 7.30 Uhr bis 13 Uhr. Wunderbar. Herzlichen Dank. Bitte.